Na? Das ist auch voll cool. Ich hab... ...wann mal das... ...gestern... ...ich glaub, vorgestern war das... ...hade ich ne Presse-Mittfeilung geschrieben... ...für... ...Polio Warhammer... ...der Grimm... ...und... ...und... ...ehm? ...ich hieß das mal... ...Draggrimm... ...und mit Brave... ...ehm, die haben die Presse-Mittfeilung quasi fast ein Stein supernommen... ...ohja... Also wir haben uns auch gucken, weil hier bei uns, die Sacred Legends... ...hamsie anders auf die Landesgeschichte... ...zitroneis... Was für'n Eis hast du? Zitrone... Aber ich schmeck's nicht. Ich hab mir heute meine Geschmacksnerven neutralisiert. Wieso denn? Es ist nie zu scharf. Ich schmeck echt gar nichts. Ich hab Totenkopfsoße in mein Chili reingemacht. Was ist so Totenkopfsoße? Ja. Bisschen zu viel diesmal. Ich hab heute schon so übelst von Overwatch geschwärmt. Von der Synchro einfach. Ja. Das muss... Sag ich auch viel zu... bei mir das klasse, ne? Overwatch ist das perfekte Multiplayer-Spiel. Da kann man ruhig viel ausgeben. Nicht so viel für Battlefield. Also hier allein wie viel... Das Synchro ist halt so gut. Und die Emots sind so gut. Das ist einfach alles so gut. Das sieht man selten heutzutage. Sonst ist eigentlich immer die deutsche Synchro verhunzt. Und ich spiele heute ein bisschen mit... Und ich spiele... Tracer. Das ist Blizzard. Auch bei Starkweb die deutsche Synchros. Hammer. Der Tod unter euch. Hab ich grad echt Deutsche gemacht? Achso. Hehehehe. Vorhin hatte meine Mercy was erzählt. Weiß? Hab ich ein Emo gemacht. Und dann hat... Er quasi auf Mercy geantwortet. Ja. Was sie gesagt hat. So nice. Was hat er denn gesagt? So nice. Ey warte mal. Hast du das Overwatch-Zeichen an der Seite? Ja. Du hast einfach auf der Seite hier das Overwatch-Seite. Hehehe. Warte mal was für'n Spruch. Hab ich eigentlich? Habt ihr das gesehen? Hehehe. Standard. Hallo? Hi. Der Psychopath-Spruch ist einfach der Beste. Für euch. Ja. Was ist passiert? Ja. Bist du auch gerade eigentlich? Achja. Erstmal warm werden. Aber dann noch gut spielen. Das ist schwer. WTF? Was war denn das gerade für'n Kill? Was war denn das gerade für'n Kill? WTF? Bist du schon in den Punkt drinne? Oder bist du tot? Mhm. Man, diese scheiß Einhand-Steuerung. Boah, ich liebe diese Time-Reset von Tracer. Ey, dieser eine Heider von dem macht extrem viel Schaden, oder? Ja. Punkt kann eingenommen werden. Das war gut, ne? Und warst du wieder Eurofighter? Warum hatte ich gerade Englisch? Die haben nicht alles übersetzt, ne? Oh, das war knapp. Ja, ich habe voll viel abgezogen davor. Aber ich habe auch noch nie diesen komischen Roboter-Heiler gespielt, du? Jetzt gibt es eine Abkühlung. Da kommt eigentlich die neue Map. Ja. Da kommt eigentlich die neue Map. Das ist jetzt geben. Da vorne habe ich Fnet-Akturese, da waren die schon dabei. Ja, er war auch gestern schon angeblich dabei. Ich finde, Tracer ist am schwierigsten von allen zu spielen, ne? Ich bin froh, dass es hier unten Heilung gibt. Alter. Dieser Affe. Alter. Dieser Affe. Hey, cool. Guter Stand. Hey, cool. Bist du gestorben? Ähh. Ehh. Nice. Dann hab ich hier Scooter reingehauen. Nein, ich hab Silber. Das hab ich noch nie gesehen, als Highlight den. Ja. Wie deins gestern. Du gehst einfach... Ey, du gehst einfach eine Person und bist Highlight, ne? Ich lösche mit meiner Ulti ein ganzes Team aus, wie ihr mal, ne? Boah, Alter, das ist wahr. Ich kann ein Eis empfehlen. Na toll, wir haben verloren, wir haben Level 1 am Team. Ja, vor allem, da ist es echt warm. Ja, vor allem die ganze Zeit immer so kalt, ne? Ey, hör dir das Gericht an! Mercy ist auch eine Schuld an Genji. Ich weiß nicht, wenn ich die Sachen mache, äh... Ach... Das ist halt gut. Ey, ich hab'n Heiligenschein! Guck das Bild an! 4, 3, 2, 1, 0. Kein Physik, bitte! Lucius hinter uns! Ah, was war ich, verloh. Hi! Scheiße, da oben ist Elixier Ha ha Mercy, heil Ehm, Euro, ich könnte ein bisschen links unterstützen brauchen Dann lebe Boah, ich brauch mal Heilung Wieso kämpft ihr mit ner Pistole? Ich zeig meine Ulti Alter, war okay, bei ihr das ist zu weit Ist es eigentlich für was Plattformen? Ja Hä? Wie merkt man, dass viele mit, äh, Kind spielen Control, oder? Achtung, Ulti Diesmal nicht Doch Hinter euch ist Heika, oder Heino Und ich sag, wie das feist, was die immer heißt Also das ging schnell mit dem Tod, oder? Das ging schnell mit dem Tod Ey, wieso kann der durch das Schild feuern, Genji? Ich bewege die Fracht Oh, wie Leut Weil nur die Füße sind Das Meine Füße Nein, Füße Zeig mir den Frieden Jetzt bin ich warm Hahaha Jetzt wär was schön, wenn mir jemand bei der Fracht helfen würde Leute, mir ist hier noch nie die Tür aufgefallen Nein Weiße Oh Mann Immer wenn ich meine Füße zündet Immer fair war Ja, die ko- Ja, die ko- Ey, aber die ko- Warum können diese Beine einfach durch die Schilde feuern? Wer war gerade da? Ja Wilhelm Schrei Ah Willhelm Schrei Erzähl nicht Nee Wilhelm Schrei ist ein ganz bekannter Schrei oder Sterbenschrei quasi aus Füllen Ach dieser Jetzt weiß ich Ja Weiß welch du meins Alter Die Rakete trifft mich im Schritt Oh du hast zum Schluss Dem Eck runter Irgendwie hat meine Person Meine Pose als ververses Ne Einfach nur zu hart diese Ulti Guck mal wie er einfach Ransprinten braucht Er braucht sich nicht mehr zu bewegen Wir sind einfach mal Ja Ja der Gegner gibt uns gar nichts Guck mal Ich werde auf Wedge bewerten Schaut dass es nicht extra EP gibt Ich krieg keine neuen Rekorde mehr mit D.Va Ich krieg da einfach keine neuen Rekorde Ich kann mit denen überhaupt nicht spielen Ich bleib bei Nukes Ah ich nehm mal einen anderen Charakter Hm Es lohnt sich für unsere Welt zu kämpfen Und ich sag kein Spruch über die Schuhe ne Ich hab Zeit Was sag ich euch für ein Spruch Hey Sarasa Ich hab einen neuen Spruch für dich Wo bist du eigentlich Ich kann die nochmal kurz einfangen ne Eat with Pink Achtung Ja Genji Ja ich geh mein Eisklotz Wer getötet ne Und dann auch mit Nahkampf Wie du bist auch schon tot Dann sprich dich bisschen ein Dann rostest du mehr Hat die Smay auch bisschen overpowered oder Schatzi runterspringen ne Ey wie viel hält die aus Bei mir frieren immer alle sofort ein Wenn ich Wenn ich als Gegner die hab ne Aber wenn ich damit Aber wenn ich 20 Minuten Sekunden auf ein ziele ne Der bewegt sich noch rein und runter um mich herum Ich hasse dich May Ich hab meine Ulti Okay Na wieder Will hier nicht schreien Geht gut ab Das nicht vielen Dank Niemand kann sich vertreten Ich bin die Karte Ich bin die Karte Ich bin die Karte Nein meine APM anzunehmen Ich bin die Karte Teleporter online Das wird für effizienten Steiger Jetzt gibt es eine Abkühlung So Das Das war von mir Ja Gut eingesetzt ne Was denn Meine Ulti gerade Ich hab damit Ja Ihr seid das Wir sind das beste Team Ja Ja Tracer Die hat sich bei uns Vorbeigemuggelt Die ist gut ne May Dann weiß ich hab gleich meine Ulti wieder Nein Ich hasse dich Lebst du noch Nein Eurofighter Ey wie viel hält denn die aus Die kann ja überhaupt nicht eingefroren werden Ey super Teleporter Die Fähigkeit ist einfach gut Geh mal weg Nein Euro ist tot Ich war zu schlecht Jetzt muss ich mir meinen Eisblock verstecken Na Demut Ey diese scheiß Nachlan Ich werde immer getötet beim Nachlan Wir brauchen einen neuen Teleporter Teleporter Sonst klappt Eurofighter noch mehr Und wie viele Kills machst du schon mit Genju? Ich hab mich gerade verlaufen Ey von was war ich gerade hochgeschleudert Ich bin hinter der Wand gewesen Und ich sterbe Rache Des Phantoms ist mit euch Ich habe gerade mich vergessen Ich bin nach dem Weg geaktiviert Ich bin nach dem Weg geaktiviert Ey na klar Hast du das gerade gesehen? Traitor war doch eingefroren ne Die kann sich einfach befreien. Ist ja geil. Also manche Ultis sind heute echt fail, ne? Krieg mal eigentlich auch für die Teleporter immer Punkte? Ey, schon wie das Reifen? Ah, Mann, da bin ich wieder so blöd. Bis denn, die Armin wieder raus. Ah, ey. Bis. Achtung, alle rein! Ey, ihr hättet alle, die zu töten können, wo ich die eingefroren hab, ne? Warum geht die Anzeige nicht zurück? Na, endlich! Ich hab's noch eliminiert. Bestimmt du, euer... Wie schaff ich das in letzter Zeit, oder? Oh, der Anfang! Jetzt gibt es eine Abkühlung. Nein! Schön in den Arsch rein, ne? Also ich mach heute echt... Wenn das mir XP geben würde auch noch. Ja, endlich mal neue Bestleistungen! Okay, mit dem Charakter hab ich noch nie gespielt. Wait. Bleh.